Heuer muss man einfach nur das Kreis, das man jetzt ausfüllen muss. Allerdings ist es auch nicht einfach. Man kann sich das nicht ausfüllen. Das ist eigentlich ganz interessant. Ich sehe mal wieder, wo die Leute herkommen, zum Beispiel, eine Souveniermitte. Also, 11.9. Grusel-Labyrinth in Schönberg, in Maisfeld, im Ohetal.